den hebel auch bewegen jetzt habe ich alle hebel in alle hebel umgelegt jetzt ist diablo freigelassen ihr seht ja hier ist jetzt alles offen der letzte bereich ist aufgegangen jetzt wird gespeichert jetzt kommt diablo wirklich persönlich das war die flamewaves die ihr gerade gesehen habt da ist diablo da ist er der herr des streckens ist schon da er stellt auf mich zu und ich muss hier schnell mein manaschir zaubern ich muss ihm entkommen hey diablo ist da die abwarten die abwarten die abwarten die abwarten machen den abgang ich schicke mein golem doch reden alter mit einem scheiß ich bin schon ein guter mann geh mir nicht auf den sack Ey. Stadtportal benutzen, ey. Stadtportal, echt, ey. Ich muss hier meine Pots verwalten, ey. Ich habe Diablo erweckt, ey. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er jetzt gleich schon kommt, ey. Normalerweise muss man immer ein bisschen in seinen Raum reinlaufen. Aber ich habe ihn wohl angelockt mit meinem Feuer. Das hat ihm nicht geschmeckt, ey. Und deswegen ist er jetzt schon da. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mal, ob er Feuer okay war gegen ihn. Aber ich glaube ja nicht, weil er macht Cyberfire. Also deswegen denke ich mal, er hat zwar Lightning. Ja, ist ja gut, jetzt. Scheiß Mannerschön, aber vergesse ich jedes Mal, ey. Und dann bin ich gerne. So Diablo. So, jetzt schon. Komm her. Ja, die Abloss-Attacken sind schon übelst, ey. Ja, die Pots wieder. Gehen wir nicht auf den Sack, Alter, ey. Lasst mir doch meine Pots jetzt richten, ey, alter. Das ist effend, ey, in dem scheiß... Bot-Modus hier, echt, ey. Ja, ich bin auch mitten in die Sackkasse gelaufen, echt, ey. Ich bin auch so super intelligent, echt. Wo ist der scheiß Grohleck, der soll jetzt hier mal arbeiten gehen? Ich soll ihn mal ablenken, ey. Kann ich mich schon mal mit den anderen Kussleiten hier befassen, ey. Ich bin auch in einer Kanana. Jetzt zeige ich euch schnell Diablos Großraum. Wo er normalerweise rumlungert. Ich hoffe, die Pots werden mir noch reichen für Diablo. Ich habe ihn ja schon ziemlich gut angemacht. Also sieben volle Potze. Schon ein bisschen wenig, ey. Aber es könnte auch reichen, ey, mal schauen. Das ist jetzt ein Loch. Das ist jetzt ein Loch. Das ist jetzt scharf, ey. Au. Boah. Ah. Mann, er stellt schnell. Weg hier, weg. Weg hier, weg. Weg hier, weg. Weg hier, weg. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg, 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 weg So, weiter geht's. Ein diabolischer Ankampf. Ich bereite mich schon mal vor für den nächsten. Ein epischen Fell hier. Ich bin hier nur noch im XP-Farmen. Ich brauche schon wieder Potze, ich gehe kurz wieder in die Stadt. Ich gehe kurz meinen Atem-Strapper nachher. Wow, was kann ich für dich machen? Ich fühle mich eine Säule in search of Answers. Jetzt stopfe ich mich voll hier. Scroll of the Book of Fire. Oh, was? Hast du die Donner-Fanath-Room oder wie? Oder was? Ich bin ein F Chef. Ich fühle mich auf der Elektrik-Fan. Ich fühle mich ein Säule in search of Answers. Ich muss nicht mehr so sagen, ob ich die Dunkelsch perdeu. Ich habe die Dunkelschwein-Genergie. Wenn ich mich nicht gewinnt, dann wird es. Scroll of Guardian, Scroll of Nova Wenn ich schon fertig bin, dann muss ich mich dazu bedienen, mit den Zaubersprüchen Nehmen wir wieder unser Tankportal Lassen wir erstmal hier noch ein bisschen nach Loot, auch wenn es nichts mehr bringt Scheißegal Irgendwo habe ich nämlich was gesehen, dass die was getraubt haben Die blöden Knights Das war jetzt nicht hier In so einer blöden Ecke war das Billige Brotex war ja nicht Brotspomen war ja auch nicht Das war eine Firewall Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tau Tau Sieht ja der Diablo-Raum ziemlich heftig was da abgeht, hey? Geht voll der Punk ab, hey, in dem Raum Scroll of the Guardian Ah, der steht so Da ist das blöde Maul Scroll of the Guardian Man kann mit Schnappbühne melden Man kann mit Schnappbühne melden Arbeite ich dich auch noch schnell zu Kleinholz Und sind für die Schnappbühne Jägg Und für die Schnappbühne Achse Ihr seht ja, das war Diablos Höllenkreis, wieder da oben geblendet. Da steht er in der Mitte, in der normalerweise genau dünn und wartet. Und wie habe ich hier? Er wartet dann natürlich da in der Umgebung, wo ich den Golem vorher weggeschickt habe. Ich muss ja nur mal zeigen, dass ich gemein habe, wie der Raum hier echt abgeschickt habe. Jetzt durfte ich auch mal brutzeln. Oh nein. 66 Akkolytus habe ich also auch schon gekillt. Hier auch schon auf dem Kill Count. So, und jetzt festen wir Diablo. Jetzt müsste nämlich der Raum hier echt frei sein, hey. Weck mich doch. Weck mich doch. Weck mich doch. Weck mich doch. Ich friss meine Feuerwand. Boah, wie geht denn? Jetzt bin ich verreckt. Jetzt bin ich verreckt. Von wegen. Tja. Gut, dass ich gespeiert habe. Kann ich gleich in Stadt wieder einen Potz kaufen, das weiß ich. So sieht es aus, wenn man in Diablo stirbt. Ist das nicht vorbei, wenn man nicht gespeiert hat. Der epische Todesschrei von Magier. Habt ihr den auch mal gehört? Ich bliege, hey, beim Endkampf, hey. Ach, wisst ihr was, ich hab jetzt keinen Bock, ich schlag jetzt Diablo um, hey. Ich hau jetzt dafür Diablo um. Zur Strafe, weil sie mich mitgenommen haben, die scheiß billigen Mobs, hey. Ich schicke auf den Diablo und dann ist das Spiel hier laufen, hey. Book of Firebolt. Book of Elemental. Scheiß drauf, kauf. Alle Zauberspiele kaufen, die ich noch nicht habe, egal. Und trotzdem kaufen, hey, mit dem restlichen Gold. Und trotzdem kaufen, hey, mit dem restlichen Gold. Ich schicke eine Säule in search of answers. Hier ist der Shack. Jetzt haben wir noch kleine Potzlöscher. So, und jetzt für die Rache, dass ich gerade gestorben bin, muss jetzt Diablo dann glauben. Gut, dass ich den Save dann doch gemacht habe zwischendurch. Es passt jetzt halt auch mal. Wenn der einen auf den Sack kriegt. Der blöde Elementar. Ach, der rennt nur. Du brauchst viel zu viel Mana, ey. Der rennt nur dumm in der Gegend und macht nix. Egal, ich habe ihn mir gekauft. So, Lightning. Jetzt gehen wir zu Diablo. Diablo erwartet uns da oben. Ich nehme meinen Golem mal mit. Dass ich schön Diablo ans Hexen kann, während der Golem sich um ihn kümmert. Ein Diablo vom Golem ist gut. Jetzt laufen wir mal den Golem hinterher. Da wird sowieso, wir sterben, Golem. Da müsste Diablo irgendwo sein. Ich kann nicht riechen, Diablo. Ich weiß, dass du da bist. Du brauchst dich nicht verstecken. Da ist er doch. Mit dem Golem klappen. Mann, der eine Grafik hat. Gut. Das ist gut. Das war's, was ist das? Ich hab's mit meinen Restorshocks und Erfro-Masst mir auch nicht. Sein Scheiß-Brett-Pflegen immer. Ja, nicht genug Mana. Mit seinem blöden scheiß Inferno da, hey. Immer wird man genockt, hey, von dem scheiß Inferno. Alles gut. Geh mir nicht auf. 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 Nicht jemand! Ich habe Glück gehabt gerade. Was für ein Ätzler. Und da ist er tot. Da ist Diablo down. Diablo is down. Diablo sterbt. Drei. 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 Die Szene wird sehr entscheidend sein. Die Diablo 2! Die Diablo 2! Die Diablo 2! Die Diablo 2! Vielleicht dort, außer den desolten Wästen unserer Anak, findest du eine Antwort. Oder vielleicht... ...Selven! Die End! Das Ende! Ja Leute, das war Diablo 1! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Ich verabschiede mich und sage Ciao, Bye, Bye! Euer Daniel Dederti im Auftrag für Falling Gamepad TV! Ciao, Ciao! 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 Ciao!